Vielen Dank, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich hier in Magdeburg zu sein. Ich möchte mich auch entschuldigen. Das war so viel Stau, dass wir bis in 15 Minuten zu spät begonnen haben. Andreas hat schon alles gesagt. Das war so viel Verkehr. Ich freue mich hier zu sein, euch zu präsentieren. Meine neue Box-Edition. Das ist eine wunderschöne CD. Ich habe eine Tasche, eine Tasche, eine Tasche. Ein Text, ein Tusch. Ein Tusch. Ein Tusch. Ein Tusch. Ein Tusch. Eine CD, ein Kalender. In dieser neuen Tusch habe ich ein paar neue Lieder. Ein Weihnachtslied. Ich habe ein Duet mit Helmut Lotte gesungen. Das ist ein wunderschöner Geschenk für Weihnachten. Jetzt, Wahlkomm, Weihnachten. Aber ich bin heute nicht hier zu sprechen, sondern zu singen. Ja, das ist richtig. Mein nächster Titel heißt Königin des Sohnes. Ich möchte gerne für euch singen. Und noch einmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank. Ja, bitte. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war's. Dankeschön. Haben Sie Lust mit mir ein bisschen zu singen? Ja. Ich brauche mehr Temperamento. Haben Sie Lust mit mir zu singen? Ja. Wissen Sie, was bedeutet muy bien in Spanisch? Muy bien. Muy bien bedeutet sehr gut. Sehr gut, ja. Und wir machen eine kleine Probe. Gemeinsam. Sie sind einverstanden? Ja. Was wird gemeinsam eine Probe? Du hast mich heute wieder schön gemacht. Muy bien. Ok, in Berlin? Die zweite sagen Sie, ja. Der erste Mal ist. Der zweite Mal ist. Ich weiß überhaupt nicht. Du hast dich heute wieder schön gemacht. Muy bien. Du auch nicht. Temperamento. Por favor, machte politische Regenze. Die meistens temperamentale Menschen in Deutschens. Mit Musik. Mit Musik. Bitte, mit Temperamento singen. Für euch. Ui. Sehr, danke schön. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Semino Rassi. Danke schön, danke. Ja, du hast ja wirklich was ganz besonderes mitgebracht. Ja. Ich hab's jetzt endlich gelernt. Dein Album gibt es in der Geschenk-Edition. Ganz genau. Und als Geschenk-Box. Genau. Ja. Und in der Geschenk-Box da ist zum Beispiel dieses wunderbare Tuff drin. Genau, das ist... Wie heißt das in Deutsch? Taschentuch. 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 Ja, das steckt man sich. Du hast ja schon so ein schönes da. Und das ist auch bestickt. Es ist nicht gedruckt, sondern wirklich... Es ist richtig toll. Ich hab mir nichts selber gemacht, aber hier man's für mich gemacht. Ja. Aber was du selber gemacht hast, und das ist auch in der Geschenk-Box drin, ist diese besondere Autogramm-Karte von dir. Also eigentlich Fotokarte mit Unterschrift. Ist auch drin. Und das Beste daran ist, heute hier in Magdeburg haben wir diese beiden Formate zu so einem super Preis. Also ehrlich jetzt, diese Geschenk-Box, die kostet bei Amazon 30 Euro. Ja. Und weil du heute hier bist, haben wir gesagt, wir machen die CD für 25 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall zuzugreifen. 5 Euro könnt ihr sparen. Das ist ja auch schon ein fantastisches Weihnachtsgeschenk. Und Sie bekommen von mir eine Autogramme. Das kommt noch dazu. Das ist das Allerbeste. Denn der Semino Rossi wird hier gleich vorne für euch Autogramme geben. Aber bevor das der Fall ist, könnte es ja sein, dass ihr noch was hören wollt. Wie sieht's aus? Ja, meine Damen und Herren. Rot, 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 rot. Ich habe auch in dieser Geschenk-Box eine neue Edition. Eine Fox. Nee. Und Sie sind einverstanden, und wir singen noch einmal aber in der Fox-Edition das Lied. Rot, rot. Weil ich sehe, dass heute so viele Menschen heute da mit so einem großen, jungen Herzen sind. Und das ist das Wichtigste. Wenn Sie alle gekommen sind, die nachnehmen. Ich gebe Zeit für euch gerne Autogramm und vielleicht einen Blitz zu. Meine Damen und Herren, Semino Rossi live heute hier im City-Carier in Magdeburg. Vielen Dank. Danke schön. Rote Hose. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Wann kommen wir? Leipzig, Chemnitz. Wenn Sie muss, ja, hier dürfen wir nicht in den Einkaufszentren. Alle, Sie kommen hier in der Nähe. Aber Rote Hose wissen Sie doch, Sie geht. Und meine Türen vorbei. Danke schön. Okay, wir bedanken uns bei dir, Semino Rossi, dass du heute bei uns warst. Es gibt noch bitte einen riesen Applaus. Rote Hose. Rote Hose. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt könnt ihr den Semino alle mit nach Hause nehmen. Oh, der lieb ich doch nicht. Und das geht ganz einfach auf der Geschenk-Edition oder auf der Geschenk-Box, je nachdem, die wir hier zum absoluten Superpreis für euch bereit halten. Und das Ganze eben auch noch mit Autogramm. Und die Autogrammstunde, die geht folgendermaßen ab. Auf dieser Seite geht es bitte herein, auf dieser Seite geht es bitte nur heraus. Auf dieser Seite geht es bitte.